Royal Nachbarn Royal Nachbarn, dieses Paar zieht neben Harry und Meghan ein Royal Nachbarn im Anmarsch. Prinz Harry, 33, und seine Hollywood-Lady Meghan Markle, 36, gehen am 19. Mai auf Schloss Windsor an der ST. Georgis Keppel den Bund der Ehe einsorgen mit ihrer Trauung für das Medienspektakel des gesamten Jahres. Wenige Monate später, im Oktober, werden in derselben Lokation auch Harrys Cousine Prinzessin Eugenie, 28, und ihr Verlobter ihre Liebe vor Gott besiegeln. Bei einer anderen Sache treten sie aber schon jetzt in die Fußstapfen von Harry und, auch sie sind in ein Courtage nahe des Kensington Palace eingezogen. Wie Mirror berichtet, soll das zukünftige Epaar bereits vergangenen Montag in das sogenannte Ewe Courtage, direkt neben dem von Harry und bewohnten Nottingham Courtage, eingezogen sein. Das Drei-Schlafzimmer-Appartement bietet dem Paar sogar ein ganzes Zimmer mehr Platz, als das Haus von und Harry. Besonders müsste von ihrer neuen Nachbarin erfreut sein. Schließlich sollen sich die Prinzen-Cousine und die ehemalige Schauspielerin fantastisch verstehen. Im Buch Megan, a Hollywood-Prinzess wird ein Insider folgendermaßen zitiert, Eugenie und sind sehr enge Freundinnen geworden Sie verbindet die Liebe zu Kunst, Hunden und später bündliche Käse-Makaroni-Abendessen. Eugenie liebt und glaubt, dass sie perfekt für Harry ist. Außerdem war Eugenie einer der ersten der Königsfamilie, die Harry zukünftig gekennengelernt hatte. Nun können sich die beiden Frauen ganz bequem jederzeit besuchen und die Details ihrer bevorstehenden Hochzeiten bei einem gemeinsamen Essen planen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017